Heute spielen wir ein McDonalds-Horrorspiel. Also, Bruder, wir haben echt sehr viele Horrorspiele gespielt. Aber McDonalds-Horrorspiel? Was kommt als nächstes? Murder-Mystery-Spiel im Subway? Egal, egal. Es kann gut sein. Wir gucken es uns heute an. Los geht's. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Zweitkanal. Manche sagen sogar besserer Content als auf dem Hauptkanal. Also die einen feiern Hauptkanal mehr, die anderen Zweitkanal. Los geht's. Okay, Digger. Wir sollen also ein Rezept klauen. Wie bei Plankton und Mr. Krabs. Nur, dass wir in dem Fall Plankton sind und Mr. Krabs ist einfach Ronaldo McDonalds. Man hat nur drei Leben? Tipp, to interact with an object, press E and to drop item, press G. Digga, die haben McDonalds nicht mal anders geschrieben oder so? Wow. Was sind das für Sounds? Digga, ist schon hart, gruselig. Tipp. Hideouts are used to hide. Digga, man muss sich verstecken? Vor wem? Sag nicht Ronaldo. Open, 24 hours. Ja! Habt ihr das gesehen? Ist das Ronaldo? Ich will Ronaldo. Nee, achso. Ich sag, da kommt auch nichts zu. Ich sag euch ehrlich. Ich hab Angst bekommen ein bisschen. Da ist er. Schnell weitergehen. Er sieht uns nicht. Hier rein. Okay, wir verstecken uns erstmal in der Toilette. Ich hab' ne Brechna... Iiiiih, das ist Kacke! Ich schwöre, das ist Kacke! Junge, ich war grad am Essen! Ehhh! Iiiiih, Digga! okay noch zwei leben wir haben direkt noch zwei leben er kommt direkt was lasse ich meine ruhe still verstecken versteckt Digger wie unfair also da hinten steht wir brauchen ein schlüssel ich muss raus ich kann aber nicht raus irgendwie da ist er mit welchem klopf komme ich raus er kommt direkt ich schwöre er kommt direkt schnell verstecken er kann nicht reinkommen wir haben die Tür zugemacht okay da stand irgendwas an der ganz Außentür wie wir die Tür aufmachen ich habe Angst dass er hier vor der Tür ist wie sollen wir das sehen ich musste die Tür direkt wieder zu machen dann nein 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 Leute, wir spielen heute ein Spiel. Das heißt McDonalds Horror Game. Ja man, da muss man das Rezept klauen von McDonalds. Das ist genau. Okay, ich meine das ist nicht direkt am Anfang da. Er ist da hinten. Er muss sich erstmal von dort weg bewegen. Nach außen. Er kommt nicht raus oder? Okay, gut. Und rein da. Und direkt rein. Okay. Ich habe zugemacht. Ich hoffe, er kann die Tür nicht aufmachen, ich schwöre. Er kommt raus. Er wird direkt rauskommen. Komm. Komm, Ronaldo McDonald. Rausgetrickst. Wow. Geschafft. Okay. Okay, wir können mit dieser Crowbar, können wir das Ding drin nicht aufknacken. also die zweite Tür. Wir brauchen schon einen Schlüssel dafür. Okay. Ich gehe jetzt raus aus dem Versteck. Zack. Nein, er ist direkt hinter uns. Ich höre es. Ich höre es vom Sound her. Ich höre es vom Sound her. Bitte. Bitte mach die Tür nicht auf. Bitte. Bitte. Okay. Wenn wir irgendwas denken, warum gucke ich in die Scheiße? Bitte sei nicht vor der Tür. Bitte, bitte, bitte. Wir müssen, glaube ich, raus. Ich glaube, wir müssen raus mit der Brechstange. Nice. Er ist nicht hier direkt. Und da ist er. Raus, 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 raus. Er sieht uns, er sieht uns. Er läuft uns hinterher. Scheiße, das ist nicht gut. Kann man sich hier verstecken? Man kann nicht. Nein. Nein, das ist unsichtbar geworden. Ich höre. Das war knapp. Krasser Move. Krasser Move von mir. Schnell wieder. Schnell wieder rein. Schnell verstecken. Oh. Alter, war das knapp. Alter. Geh mal auf Klo, Cousin. Er hat auf mich gehört. Nice. Und. Was ist das? Ja, er ist nicht hinter uns. Das ist gut, weil jetzt können wir hier ein bisschen was abchecken. Man kann damit nicht interagten. Hier steht zwar interag, aber es geht nicht. Okay, da ist der Rest ist eine unsichtbare Wand. Das heißt, wir müssen auf die rechte Seite. Ich hoffe, er sieht uns nicht und kommt raus. Das wäre kacke. Okay. Vielleicht ist hier irgendwas. Vielleicht ist hier irgendwas. Oh mein Gott, eine unsichtbare Wand. Bruder, wenn er jetzt kommt. Alter. Okay. Wir müssen rein. Es muss drin irgendwas sein. Es muss drin irgendwas sein. Digga, warum geht der so langsam? Okay, wir müssen hinter den Tresen Wenn er ins Toilette geht, gehen wir hinter den Tresen Das Ding ist, er bewegt sich immer in dem Laden Was war das für ein Geräusch? Jetzt Und Let's go, let's go, let's go, let's go Hier vielleicht irgendwas? Oh, hier kann man sich verstecken, das war dumm Arme Nackel Bitte komm nicht Bitte Nein, bitte, nein, nicht runterkommen Nicht runtergucken, bitte Bitte, Ronaldo Ronaldo, bitte nicht Arme Nackel, gib uns eine Backpfeife Ein Leben nur noch Oh, und er wird direkt rauskommen jetzt Ist er weg? Er ist weg, lol Nice Nice Bitte geh, Ronaldo, bitte Ronaldo, bitte Ja 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 Hey Das war alles Oh mein Gott Wir haben ehrlich verkalkt Was macht er da? Er knallt uns ab? Er knallt uns ab, Bruder, hinter McDonalds Was ist das? Granate? Yo, what the fuck? Granate? Was zu... Hä? Bruder, das war schon sehr, sehr seltsam Okay Es gibt drei verschiedene Enden Das war eines der Enden Er kommt immerhin nicht direkt raus, der Typ Glaube ich Er geht direkt auf Toilette Das ist unser... Unser Moment Genau jetzt Rein Und jetzt Genau jetzt nach hinten Und zumachen Wichtig Digga, warum Ernsthaft jetzt? Digga, wir haben hier gerade einfach einen Burger gemacht Real Talk Ich glaube, es ist sogar echt gut, wenn wir uns jetzt verstecken, oder? Von der Zeit her Irgendwas fehlt da Da auf dem Boden Da ist es Das, was fehlt, ist da auf dem Boden Er ist noch nicht hier drinnen Soll ich rausgehen, oder drinnen bleiben? Ich gehe raus Jetzt verstecken Schnell, schnell, schnell Okay, wir müssen irgendwas erledigt haben jetzt Wir haben drei Burger gemacht Ich glaube, das hat irgendwas gemacht Oh, wir brauchen die Brechstange Scheiße Da ist er Kommt er zu uns rein, oder was? Gut Zur Sicherheit verstecken Okay Scheint nicht, dass er kommt Ist er immer noch da hinten? Ich habe Angst Ich habe Angst, dass er da ist, Chat Nein, du hast mich nicht gesehen, wie ich mich versteckt habe Lüge nicht, Ronaldo Ja Sollte jetzt weg sein Genau jetzt ist der Moment, wo ich direkt raus sollte Zumachen Jetzt geht er und das ist unser Moment Genau das hier ist unser Moment Genau das hier ist unser Moment Und zack Raus Bam Wie ein Profi Geh mal nach links jetzt, Ronaldo Ronaldo, McDonald Clever Wichtig Geh wieder in die Toilette bitte Wechsel, Tischwechsel, Tischwechsel, Tischwechsel Er hat sich gesehen Ja Wichtiger Tischwechsel Strategischer Tischwechsel Jetzt können wir rein Jetzt sollten wir rein können Jawohl Was? Amalake Er kommt einfach rein Bro, wie unfair Haben wir denn jetzt unseren Fortschritt gespeichert? Nein, Ronaldo Geh bitte aufs Klo Jawohl Okay, wir holen jetzt unsere Sachen ab Aber komisch, dass wir nicht rein können Darauf haben wir doch alles hingearbeitet Gearbeitet The Secret Recipe Okay, uns fehlt irgendwas Da ist er Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt Er kommt doch nicht Er kommt doch nicht, glaube ich Du brauchst ein Happy Meal Ich muss ein Happy Meal dahin legen Ich muss ein Happy Meal dahin legen Kannst du mal woanders hingehen bitte? Ich habe es geschafft, ich habe es Schnell vor mir Schiff! Nein! Oh nein! Stopp! Wir haben den McDonalds in die Luft gesprungen? Wofür? Wir hatten doch das Rezept! Nice! Ja, nice, Digga! Nice! Geil! Okay, es gibt noch ein weiteres Ende! Ein Ende, ich glaube das Ende wird sein, dass man diesen Schlüssel hat! Aber da bin ich in den Chat, dass ich es durchgespielt habe! Ich habe es quasi schon geschafft! Okay! Irgendwo hier muss ein Schlüssel sein! Ist es vielleicht hier? Ist es ein BMW? W BMW? Durch das Klo? Ja, ja, ja! Aber wie bekomme ich an den Schlüssel ist die Frage! Irgendwo muss hier ein Schlüssel sein! Mit der Brechstange bin ich hier ja nicht reingekommen! Oder hatte ich da die Brechstange nicht? Irgendwie muss ich hier an diesen Mülleimer auch kommen! Ich glaube dafür brauche ich die Brechstange! Ich glaube dafür brauche ich die Brechstange! An einem Tisch im Restaurant ist ein Schlüssel! Wow! War das knapp! Wow! Da ist er wieder! Die Frage ist, auf welchem Tisch ist ein Schlüssel? Wow! Da ist er wieder! Die Frage ist, auf welchem Tisch ist ein Schlüssel? Auf welchem Tisch ist wohl ein Schlüssel? Auf welchem Tisch ist wohl ein Schlüssel? Hier ist keiner! Hier ist auch keiner! Ok, hier sind keine Schlüssel! Hä? Ja, perfekt! Nice! Kannst du woanders hingehen vielleicht? Nice, hat mich gehört! Ok, das war nicht so gut, ich kann von hier gar nichts sehen! Ok, wir probieren erstmal mit der Brechstange an den Müll zu kommen! Oh ne, klappt nicht! Krass! Ich hätte echt gedacht, das geht mit der Brechstange! Ok, hier ist auch kein Schlüssel! Hier ist auch kein Schlüssel! LOL! Ich kann von außen nach innen! Wie krass ist das denn bitte? Wo ist der? Ah, da ist er! Brechstange ans Auto, das kann natürlich auch sein, ne? Habt ihr Recht! Wir probieren das mal aus! Oh, schade! Das wäre aber eigentlich logisch gewesen, also hätte es schon Sinn gemacht! Aber leider auch nicht! Die Tür geht leider nicht auf! Vielleicht kannst du den Boxen mit der Brechstange? Ne, glaube ich nicht! Ah, er sieht uns! Oh mein Gott, er verfolgt uns! Oh, ich hab die Brechstange gefallen lassen! Das ist nicht meine Brechstange! Er hat die Tür auf jeden Fall aufgemacht! Er chillt bestimmt an der Tür und wartet, bis wir rauskommen! Hier ist auch kein Schlüssel! Da kommt der, aber nicht zu uns, oder? Nee! Er kommt, er kommt! Ich schwöre, er kommt! Doch nicht! Burger fertig machen! Das haben wir ja schon! Ich schwöre, er kommt! Ich schwöre, er kommt! Das ist kein Schmerz! Das ist ein Schmerz! Das ist ein Schmerz! in den raum geht vielleicht ist da das dritte ende oh er verfolgt uns, oh nein, 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 nein schneller ich glaube er hat den schlüssel, versuch einmal hinter ihn zu durchsuchen, wenn das geht nee, niemals, oder? obwohl doch, es könnte echt sein direkt auf ihn los nein, es war zwei, nein, nein das liegt links neben der Mülltonne auf dem Boden, ernsthaft? schnell raus yo, yo, W's in den Chat, W's in den Chat, wir haben den Schüsse nein, er hat uns gesehen, bitte nicht nein, bitte nicht nein, er hat uns gesehen fuck shit, bro egal, 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 der Schlüssel liegt da jetzt der Schlüssel liegt da jetzt wo ist er? wo ist er denn? ich schade sie auf dem Weg gehen wir erschießen ihn knall ihn ab! bau, 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 bau! bau, 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 bau